Um den Sprung zu den Profis zu schaffen in die 1. Liga, in die Bundesliga, glaube ich, ist es das Wichtigste, dass man normal bleibt, dass man nie sein Ziel aus den Augen verliert. Sowohl auf dem Platz als auch auf dem Nebenplatz gibt es einfach so gewisse Dinge, worauf man achten sollte und die versuche ich einfach zu wahren und einfach auch ein gutes Vorbild abzugeben. Als Nationalspieler hat man eine andere Wahrnehmung im eigenen Land. Dadurch, dass ich schon seit der U15 dabei bin, war es eigentlich immer etwas Besonderes, gerade auch in der Jugend und wenn man dann das erste A-Länderspiel macht, ist es natürlich noch mal ein Highlight. Es ist einfach etwas Besonderes für das eigene Land zu spielen. Es ist ein großartiges Land und man versucht ja irgendwie, dem auch gerecht zu werden und ein Stück weit etwas zurückzugeben und das kann man dementsprechend auch auf dem Platz für das Land tun, für die Fans, für jeden Menschen in Deutschland. In der Jugend war es schon so, dass man auch viel verzichtet. Man musste, man hatte natürlich seinen Ablauf, man hatte sonntags das Spiel, drei-, viermal die Woche Training, dann auch Schule. Da muss man dann auch selbstdiszipliniert genug sein und wissen, was man wirklich will. Ich denke, dass Disziplin und Verzicht zwei Eigenschaften sind, die sehr, sehr wichtig sind. In der Zeit der Verletzung war ich natürlich viel alleine, hab mein Reha-Programm gemacht, musste einfach mit der Situation umgehen und da waren meine Familie und meine Freunde natürlich die ersten, die mir dabei geholfen haben. Es ist keine einfache Verletzung gewesen und ich konnte in dem Moment auch nicht wirklich damit umgehen, weil ich nicht genau wusste, was es war, aber es ist wichtig, dass man sich durchboxt, dass man, wenn man am Boden ist, dass man einfach wieder aufsteht. Ein Boxer vermittelt sehr viel Kampfgeist, sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Wille. Das sind diese Eigenschaften, die man als Profifußballer auch braucht, als Mensch natürlich. Gerade im Fußball, wenn man es jetzt auf mich bezieht mit der Verletzung, man ist alleine, man muss versuchen, sich wieder heranzukämpfen, man muss wieder auf den Fitnessstand kommen, den man vorher hatte. Das kann manchmal Wochen, manchmal Monate dauern. Man kann sehr viele Parallelen zum Boxer ziehen, der im Ring steht, jede Sekunde aufpassen muss, dass ihm nicht irgendwas passiert. Meine Familie um mich herum, meine Freunde, die sind alle gleich geblieben mir gegenüber. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig auch für mich, damit ich immer weiß, was wirklich zählt. Meine Ziele in der Karriere sind natürlich, gerade in Betracht dessen, dass ich verletzt war, einfach gesund zu bleiben, möglichst viele Spiele machen zu können. Niemand spielt Fußball ohne Titel gewinnen zu wollen. So ist es auch bei mir. Natürlich möchte ich irgendwann mal die Champions League gewinnen und Weltmeister werden und Europameister. Ich denke, das sind so Träume, die jeder Fußballspieler hat. Und daraufhin werde ich auch arbeiten. Ich bin dankbar. Dankbar natürlich, dass ich gesund bin, dass ich spielen kann, dass ich für Deutschland spielen kann. Man muss das auf jeden Fall schätzen, das, was man hat. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Schöne Children.